1.19 zu 5 Punkten zum Spiel bei Schalke 04, noch vorm Vorbericht natürlich wieder kommen will zu den Bayern, wo ich oft das letzte Spiel anspreche, aber es gibt ein paar Dinge, die müssen jetzt raus und dann wird auch der Vorbericht nicht mehr so voll, wie es jetzt in letzter Zeit oft wurde. Punkt 1, respektlos, weil unsere erste Halbzeit auf Schalke war respektlos und das meine ich wirklich genau in diesem Wortlaut, natürlich gerade für die 5.000 bis 6.000, die hingefahren sind, die Auswärtsfans, geile Choreo Bad Cannstatt, Top Support wieder und dann bringst du so eine komplett willenlose, halbgare Halbzeit, man hat nichts gerafft, man hat nicht gerafft, was dieses Spiel bedeutet, dass man im Abstiegskampf steckt, eine Mentalität von komme ich heute nicht, komme ich morgen und ganz simpel, das war respektlos. Und so, auf die Art und Weise, steigt man ab. Punkt 2, nicht erwartet. So ein bisschen zitatmäßig, weil Labbadia meinte, man wusste, was kommt, man war vorbereitet, man wusste, was kommt. Wohlgemut hat so ein bisschen was gegensätzlich gesagt, dass man nicht so ganz das angegangen ist, wie man es musste, dass man nicht ganz erwartet hat, wie Schalke hier auftritt, mit was für einem Wille, was für einer Druck, was für einer Wucht die Schalker kommen. Aussagen von Spielern, ähnlich natürlich, schwierig in die erste Halbzeit reingekommen und bla 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 und hier und da. Ganz simpel die Frage, was macht ihr diese Woche? Was macht ihr in der Trainingswoche vor Schalke? Auf Schalke wird es laut, Kampf, Wille, Hexenkessel und das hat euch wirklich überrascht. Also aus paar Aussagen kommt es ja raus und das hat euch überrascht. Darauf habt ihr nicht vorbereitet. Das typische Geschwätz wieder, was wir unter Matarazzo schon hatten, die Trainingswoche hat es überhaupt nicht hergegeben, Top-Trainingswoche hilft alles nicht. Wenn euch das überrascht, egal wie gut die Trainingswoche war, wenn euch so ein Hexenkessel, so eine Leistung von Schalke, mit Mut, mit Kampf, einfach das war das Ding, was Schalke mehr hatte, Wille. Und wenn euch das überrascht, dann lasst es einfach bleiben. Nummer 3, die pure Dummheit. Thema Offensive, weil da war, trotz der Scheißleistung, war da was drin, so wir haben verdient verloren, zweite Halbzeit war ganz nett, kann man auch als okay, als gut werden, wie auch immer. Mehr halt auch nicht, es war mal wieder zu spät gerafft, deswegen verlierst du es, weil du zu spät raffst, wie gesagt, vorhin schon angesprochen, falsches Mindset, alles. Aber selbst, wie gesagt, selbst in so einem Spiel ging was, selbst da ging was. Erste Halbzeit, und das ist wirklich ein Bild, ein Schnappschuss, so eine Momentaufnahme zum komplett bescheuert werden. Ich weiß nicht, wie oft ich mir dieses Bild angeschaut, diesen Frame angeschaut habe. Erste Halbzeit, 1 zu 0 steht es, paar Minuten danach, wirklich schnell danach, guter Ball gewinnt, Rildias war es, glaube ich, gegen Jens. Nachher führe ich am 16er, hat drei Optionen. Er kann den schweren Pass nach links auf Faraguchi spielen, ich glaube, muss Faraguchi gewesen sein, ein bisschen unscharf das Bild. Kannst einen kurz Dias in den Laufweg spielen, rechts neben dir, oder halt die beste Option, easy, einfach wirklich geradeaus vor dich, ohne Abseits, gar nichts. Einfach auf Silas, dann steht der Mann 7, 8 Meter vor Fährmann vom Tor. Führig aber nimmt Weltoption Nummer 4, die es eigentlich gar nicht gibt, und haut das Ding einfach überhastet, 8 Meter drüber. So, wie gesagt, dazu auch ein Silas, nach dem 2-1, das uns geschenkt wurde von Fährmann, aber nimmt man mit, bis in Drangphase. Und dann 2-1, Silas, Riesenchance, Kopfball-Endo, Fährmann-Helten, gut, der Schalker kriegt nicht glatt. Und der Stocher das Ding halt aus 5 Metern drüber, weißt du, wieder selber Wort hat wie vorhin, dann lass es halt bleiben. Punkt 4, keine Konstanz. Man kann als VfB-Fan keine Leistung mehr für voll nehmen. Es ist ein Hoch und Runter, bei dem du, wie gesagt, komplett bekloppt wirst. Köln war gut, heißt aber nichts. Schalke war scheiße, aber selbst das heißt ja nichts. Du kannst keine Leistung bei uns als Standard, als gegeben, als wir auch immer sehen beim VfB. Hat man Hoffnung, dann kommt gar nichts. Hat man keine Hoffnung, dann kommt auf einmal was dieser Klassiker von besser gegen bessere Teams, schlechter gegen schlechtere Teams. Das hat so keine Zukunft. Null Konstanz, kein gar nichts. Wir haben die ganzen Statistiken von Heimtore kassiert, von Auswärts kein Sieg. Dazu kommt noch die Statistik, dass du seit Jahrhunderten nicht mal mehr zwei Siege in Folge geschafft hast. Auch schon seit Jahrhunderten gefühlt, seit anderthalb Saisons oder so. Und das fuckt einfach ab. Du weißt nicht, um was es geht, weil selbst diese Schalke-Leistung, die Kacke war, muss nicht heißen, dass du von Bayern abgeschossen wirst, wie wir es kennen. Hinrunde zum Beispiel, Schalke scheiß Spiel zu Hause und die Woche drauf holst überzeugend und verdient einen Punkt in München. Du weißt nicht, was du von dieser Truppe erwarten kannst. Letzter Punkt, Punkt 5, Borna Sosa. Ich habe so zwei, drei Punkte für Pro und Contra gelistet. Mal gucken, ob wir da zuschütteln oder nicht. Aber bei Sosa habe ich gerade so ein bisschen ein komisches Bauchgefühl bei dem Kollegen gehabt. Gebt mir so ein bisschen Kalajic-Vibe, sage ich mal, so kurz vor dem Abgang, kurz vor dem Wechsel. Pro natürlich Nummer 1, erstmal das Positive. Er ist geblieben. Er wäre fast nach Leverkusen. Es ist wichtig, dass wir ihn gehalten konnten, weil er ist auf links richtig gut. Richtig wichtig. Wir kennen das Problem offensiv besser als defensiv. Wissen wir alles. Und eben auch bei ihm, im Vergleich zu Kalajic, da ist der große Unterschied. Er bringt gute Aussagen öffentlich. Labbadia ist der Presse-Trainer, den ich jemals hatte. Leverkusen ist nicht geklappt. Der Wechsel will ja eigentlich schon seit drei Transferperioden eigentlich weg. Und jedes Mal heißt es, egal, wie funktioniert das, ich identifiziere mich, ich gebe alles für den Verein. Letzte Saison wichtig gewesen für den Nichtabstieg, alles klar. Jetzt mein Contra in der aktuellen Fall. Gar nicht die aktuelle Saison, aber die aktuelle Phase. Nummer 1, habe ich glaube auch damals angesprochen, dieses Weglaufen nach dem Bremen-Spiel. 0-2 verloren. Peinliche zweite Halbzeit gegen Bremen, wo zu Hause was gehen muss eigentlich im Abstiegskampf. Und wenn ich abpfiff und der Mann dreht direkt um und geht geradeaus hinten raus Richtung Katakomben. Nicht zur Kurve, nicht zu den Spielern, gar nichts. Er ist gerade ausgegangen. Nummer 1, das geht für mich gar nicht so was. Disziplinarisch, ich bin natürlich nicht beim VfB drin. Ich hoffe, da gab es aber irgendwas vom Trainerteam, von der Mannschaft, irgendwas dafür. Also im negativen Sinne. Dann eben jetzt auch auf Schalke dieser absolute Begleitschutz beim 2-0 gegen Salazar. Auch der hat seinen ersten Halbzeit mal gar nicht gerafft, was abgeht. Bestes Beispiel. Dieser 2-0, der läuft nur mit. Er läuft nur mit. Ein Salazar kriegt einen scheiß WM-Dritten da einfach locker mitgelaufen. Der kriegt nicht mal abgedrängt zur Eckfahne, so ist er. Komplett lächerlich. In der zweiten Halbzeit gab es eine ähnliche Szene und da grätschte er auf einmal. Da grätschte er auf einmal. Da hat er auf einmal so halbwegs Kraft. Oh, warte mal hier. Wird er langsam eng? Das kann wahrscheinlich auch wie bei der gesamten Mannschaft in den Kopf rein. Scheiße, langsam wird es eng. Wir müssen uns irgendwie einen Arsch hier rausretten. Und dann eben auch, klar, das muss ich die erste Szene nach dem Abpfiff gewesen sein. Auch das ist eigentlich nichts zum Überbewerten. Aber was mich auch stört, die erste Aufnahme von Borna Sosa nach Spielern, die ich gesehen habe, war halt eine Aufnahme von Sky. Natürlich auch richtig ausgewählt. Wo er halt mit Fährmann irgendwie Spaß hat. So ein bisschen sich gegenseitig lacht, abklatscht am Motto. Wahrscheinlich gesagt, tu mir leid, dass du so ein Ding gefangen hast. War ja ein Riesenfehler von Fährmann so. Das ist für mich auch nicht das erste Bild, was ich von einem VfB-Spieler in so einer Situation, der maßgeblich an einem Gegentor beteiligt war, sehen will nach Abpfiff. Das will ich so einfach nicht sehen. Mir gefällt so ein bisschen die Attitüde von Borna Sosa nicht. Natürlich bleibt er trotzdem extrem wichtig. Die ganzen Scorer, dies, das. Aber die Attitüde gerade, Bremen, Schalke, weiß nicht, ob der Mann nicht sich schon einfach im Sommer sehnt und weiß, im Sommer bin ich eh weg so. Aber mal sehen, wie die nächsten Wochen werden. Und dann belasse ich es für dieses Video. Mehr natürlich in weiteren Videos. Sagt mir auch gerne, wie ihr das hier findet mit dem Board. Vielleicht wird das ja so ein neues Format. Keine Ahnung. Das Board auch nur zufällig hier so kam irgendwie mit der Dartscheibe geliefert, um eben eigentlich auf der Rückseite davon die Scores aufzuschreiben, so die Ergebnisse aufzuschreiben von dem Dartspiel. Rückseite ist frei, ist weiß. Nutzen wir die mal. Finde ich eigentlich ganz nett so. Aber wie gesagt, natürlich mehr noch im Vorbericht in weiteren Videos dieser Woche zu VfB Bayern am Samstagabend. Bedankt fürs Zuschauen. Eure Meinung zum Spiel gerne in den Kommentaren. Und bis zum nächsten Mal.